1866 Andreas Bietzer schreibt mit seiner Unternehmensgründung deutsche Wirtschafts- und Technikgeschichte. Ab 1906 ist Bizerba unter der Leitung der Familie Kraut. Bis heute. In den folgenden Jahrzehnten revolutioniert die Bizerba-Wage die Ladentheke des Einzelhandels. Bizerba steigt zum Weltmarktführer auf und wird mit dem Wechsel vom mechanischen zum elektronischen Wiegen auch zum Technologieführer. Die vierte Generation treibt die Internationalisierung systematisch voran und erweitert die Produktvielfalt. Andreas Wilhelm Kraut führt heute Bizerba in der fünften Generation. Die Zeichen stehen weiterhin auf Wachstum und Globalisierung. Innovative Anwendungen und das konsequente Bekenntnis zu offenen Systemen sind Merkmale der Bizerba Open World. Pünktlich zum Jubiläum ist Bizerba wieder 100% Familienunternehmen. Weit über 3000 Mitarbeiter weltweit schaffen einzigartige Lösungen rund um die zentrale Größe Gewicht. Und das für Kunden aus Handwerk, Handel, Industrie und Logistik in 120 Ländern. Bizerba – 5 Generationen Innovationskraft, 5 Generationen Familientradition, 150 Jahre Verbundenheit mit der Region und ihren Menschen. Darum ist Bizerba unsere Heimat – auf ganz vielen Ebenen. Bizerba – Bizerba Bizerba�나 – Bizerba 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 Untertitelung des ZDF, 2020